Herzlich willkommen bei EchtgeldTV, produziert mit Unterstützung unseres Depot-Partners Scalable. Heute bei EchtgeldTV eines eurer absoluten Lieblings- und Favoritenthemen, das Tabak-Update 2024. Wir haben es ein bisschen nach vorne gezogen, weil, naja, ehrlicherweise, weil wir Lust drauf hatten, weil es sich anbietet, dass zum Ende eines Quartals, so machen wir da die Quartals dann eben vorliegen, weil wir mit Jonathan ja hier eine Sendung hatten, als Christian auf Mallorca weilte, wo wir damit schon ein bisschen angefangen haben, als wir über British American Tobacco gesprochen haben. Und im Grunde genommen können wir das jetzt gleich mal auf die Big Five, denn um die wird es heute im Wesentlichen gehen, updaten. Und das alles tun wir nach dem Disclaimer. Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt es diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv. Kann Rendite Sünde sein? So titelte die Börsenzeitung am 2. September 2024. Monom passend zu der heutigen Sendung und rief nochmal so ein bisschen was in Erinnerung, dass nämlich Aktien aus Branchen wie fossilen Energien, aus Tabak, aus Alkohol, aus Glücksspiel, aus Pornografie, ja und auch aus der Rüstungsindustrie etwas darstellt, was ganz gut funktioniert, zumindest performance-technisch. Denn historisch bieten sich da sehr, sehr attraktive Renditen. Tabak hat man mal ganz kurz zurückgerechnet bis auf das Jahr 1900. Keine Ahnung, wer damals in der Lage von unseren Zuschauern war, einen Euro in Tabakaktien zu investieren. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie das funktioniert haben soll. Ist ja egal. Das Rechenbeispiel kam man dann auf jeden Fall auf eine Berechnung, die zu dem Ergebnis kam, dass aus diesen einen Euro binnen einem Jahrhundert und anderthalb Jahrzehnten in die Kalkulationen endete 2015 6,28 Millionen US-Dollar geworden sind. Also eine Rendite im Bereich von etwa 13,5 Prozent pro Jahr. Klingt schon krass, was über den Zinseszinseffekt in 115 Jahren so zusammenkommen kann. Aber auch langfristige Berechnungen, Christian, zeigen, langfristig läuft Tabak, läuft auch Sünden im Depot zu haben, sehr, sehr gut. Eine zweite Studie kam zu dem Ergebnis von 1970 bis 2007. Jährliche Renditen 19 Prozent. Also auch da ist es etwas, wobei wir ja im weiteren Verlauf noch sehen werden, dass auch bei solchen Aktien, die langfristig eine Outperformance generieren, kurz- und mittelfristig mal eine Underperformance auch akzeptiert werden muss. Naja, also ich verstehe diesen ganzen Sündentopf ja nicht so wirklich, weil er schon sehr heterogen ist. Also jetzt in diesen Topf Rüstung, Alkohol, Pornografie und Rauchen reinzupacken, das passt für mich nicht, weil Rüstung spätestens seit der Zeitenwende wird das ja auch viel mehr Menschen klar. Da geht es um unsere Sicherheit, die Sicherheit unserer Freiheit, diese Verteidigung. Alkohol ist etwas, das kann man genießen, sehr wohl dosiert. Da kann man auch mal so ab und zu ein Gläschen trinken und damit für Umsatz sorgen, während wir es bei Tabak mit einem ganz klaren Suchtprodukt zu tun haben, worauf es ja auch die Hersteller dann abgezielt haben. Also insofern, der Hintergrund ist schon sehr, sehr unterschiedlich und es muss bei all diesen Themen, ja, grundsätzlich jeder für sich selber entscheiden, ob das zu den eigenen Maßstäben passt oder eben nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spezifischer Anlagehintergrund. Tabakwerte gelten eben als sehr defensive, konjunkturresistente Aktien. Aber wir haben in den letzten Jahren ja gesehen, dass auch diese vermeintlich defensiven Werte sogar in einem insgesamt positiven Markt mal fette Drawdowns hinlegen können. Teilweise gingen vom zyklischen Hoch bis zum zyklischen Tief innerhalb mehrerer Jahre mal 50 Prozent verloren. Und zwar auch bei den Blutschips, über die wir heute sprechen. Und wenn wir bei Blutschips sind, im Tabakbereich, ja, können wir eigentlich gleich anfangen, oder? Nämlich bei dem, zumindest an der Börse, jüngsten Unternehmen, das aber heute die Big Tobacco-Rangliste anführt. Auch schon beim Börsenwert rund 200 Milliarden Dollar bringt Philip Morris International auf die Börsenwaage. Und diese Aktie gibt es erst seit dem März 2008. Damals hat sich nämlich Philip Morris, der Marlboro-Riese, entschieden, sich auf das amerikanische Geschäft zu fokussieren, dieses umzubenennen auf Firmenebene in Altria und das internationale Geschäft unter Philip Morris International abzuspalten. Tja, und diese Abspaltung ist in der Tat heute die Nummer eins. Die Nummer eins beim Börsenwert, die Nummer eins beim Wachstum und auch die Nummer eins beim von dir ja sehr geschätzten KGV. Egal, ob wir jetzt nach hinten gucken, die letzten zwölf Monate, ob wir nach vorne gucken, die Erwartungen für die nächsten zwölf Monate. Wir sind so in der Region zwischen 18 und 20. Also deutlich mehr als das, was wir in den letzten Sendungen bei den meisten Tabakwerten gesehen haben. Aber bei Philip Morris das Ganze mit gutem Grund. Denn erstens wächst man und zweitens ist man bei dem großen Thema der Industrie, nämlich bei den sogenannten Smoke-Free Products oder Risk-Free Products oder Alternativen zur klassischen Zigarette am besten, am stärksten positioniert und auch am weitesten fortgeschritten. 38,8 Prozent vom Umsatz machen diese Smoke-Free Products bereits aus. Und damit ist die Vision, die Philip Morris International hat, nämlich bis 2030 auf einen Umsatzanteil von zwei Drittel zu kommen, durchaus valide. Ja, und nicht nur das, das Wachstum kommt dann im Übrigen auch von diesem rauchfreien Geschäft. Denn nicht nur, dass der Umsatz auf 38 Prozent gestiegen ist, es ist auch so, dass das Umsatzwachstum organisch 18,3 Prozent betragen hat und auch der Bruttogewinn hier in diesem Bereich um 22 Prozent gesteigert wurde. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich, was Philip Morris da veranstaltet. Und das bezahlt man dann eben auch und da sieht man dann eben auch in sehr, sehr deutlicher Chart-Sprache, wie in den letzten Monaten gerade auch ein deutlicher Anstieg stattgefunden hat, der den Aktienkurs dann eben, ja, auf jetzt mittlerweile 114 Euro. Und dann in dem Bereich, na, wo sind wir dann, wenn wir in Europa 114 sind, sind wir ungefähr bei 130 US-Dollar, 125, 130 US-Dollar dürften das sein, wo wir hier stehen. Und das ist dann natürlich auch etwas, ja, wo man als Aktionär zunächst mal auch sagt, das finde ich doch eine schöne Sache. Wenn wir hier mal ins Depot reingucken, wie es denn so aussieht, dieser Echtgeld-TV-Baustein in Tabakaktien, dann sind mittlerweile 39.000 Euro in Tabakwerte investiert. Und die größte Position im Moment ist Philip Morris mit einem Wert von 6.400 Euro und auch mit dem stärksten relativen Zugewinn. Ja, also wir liegen da im Moment jetzt eben bei 47 Prozent. Eine Japan Tobacco, die am Ende dieser Top-5-Liste sich befindet, ist mit 44 Prozent dahinter. Aber da, wenn ihr euch an die Sendung aus dem Jahr 23 erinnert, da haben wir eine kleine Verschiebung vorgenommen, haben ein bisschen Japan Tobacco reduziert, haben bei BAT und bei Altria damals ein bisschen aufgestockt. Aber Philip Morris hier eben der Platzhirsch als die größte Position, die es eben darstellt. Und naja, wenn man dann eben auch sieht, wie die Zahlen so aussehen, dann kommt etwas hinzu, wo man euch an dieser Stelle der Sendung nur zurufen kann, gewöhnt euch nicht dran. Und zwar das, was ihr ganz oben seht. Und das ist Wachstum. Christian hat es schon angesprochen, von 2019 bis jetzt ist der Umsatz von damals 27 auf mittlerweile in die Mit-30er-Milliarden-Beträge gestiegen. Dieses Jahr werden so erwartet, dass es 34 Milliarden werden. Das sollte auf Basis der Halbjahreszahlen und wo dann die Trailing-12-Months drin sind, sehr, sehr gut zu erzielen sein. Für nächstes Jahr, für das Jahr 2025 werden dann schon 36 und für das Jahr 26 dann eben 39 Milliarden erwartet, weil man hier sich das Ganze so vorstellt, dass man eben weiter in diesen Bereichen wächst. Und das ist auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite eben in der Tat auch ein Punkt, wo man, wenn man dann die KGV-Zeile sich in der Tat anguckt, eben sieht, dass hier die Bewertung auf einem Ist-KGV von 22 eben schon in ganz ordentlichen Größenordnungen angekommen ist. Herr Tobias, du hast die Umsatzentwicklung erwähnt, die wirklich sehr dynamisches Wachstum zeigt. Dabei wollen wir aber nicht vergessen, dass das nicht alles organisch passiert ist, so wie dieser selbst aufgebaute Smoke-Free-Brand Equus, der ja auch bekannt ist durch die Läden an vielen exponierten Stellen, sondern man hat auch zugekauft. Und die größte Transaktion haben wir ja auch vor einigen Jahren hier im Depot sozusagen live mitvollzogen, nämlich die Übernahme von Swedish Match, wo es eben nicht um Streichhölzer ging, sondern um den Marktführer bei Oral Tobacco, also bei diesen Nikotin-Pouches, die man sich auf oder unter die Zunge liegt, keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung damit gemacht. Aber dieser Markt, den es in Deutschland noch nicht gibt, der wächst eben nicht nur in Skandinavien, sondern vor allem in den USA. Wie Harry, das Investment, was man hier getätigt hat in Schweden, scheint sich da auf der Seite gelohnt zu haben, aber es hat natürlich eine Nebenwirkung. Irgendwo musste das Geld herkriegen, selbst bei den Cashflows, die Philip Morris International so produziert konnten, die das nicht aus der Portokasse bezahlen. Das heißt, die Verschuldung ist im Rahmen dieser Transaktion drastisch angestiegen. Vorher hatten sie so das 1,6-fache EBITDA als Nettoverschuldung. Jetzt ist man bei etwas mehr als dem Dreifachen immer noch. Und das ist ganz klar, da hätte man gerne, wie das so schön heißt, De-Leveraging, also Finanzierungshebel rausnehmen, was man einerseits mit Cashflows machen kann, die man zur Schuldentilgung verwendet, andererseits durch Steigerung des EBITDA. Die machen beides bei Philip Morris. Das passiert gut. Solange dieses De-Leveraging läuft, gibt es eines allerdings nicht, beziehungsweise kaum. Und das sind Aktienrückkäufe. Die werden erst wieder aufgenommen, wenn man so sicher in dem Bereich von 2,x ist. Aber, wenn wir beim Thema Kapitalallokation sind, eins gibt es seit dem Spin-off jedes Quartal, nämlich klar, einen wichtigen Grund, warum viele Anleger Tabakaktien kaufen, nämlich Dividende. Die wird jährlich erhöht und das soll auch weiterhin so laufen. Man nimmt momentan etwa 8 Milliarden Dollar dafür in die Hand. Bei einem Free Cashflow von 10 Milliarden Dollar ist das ganz ordentlich. Aber man hat eben auch nach wie vor hohe Investitionen, weil der Kurs allerdings inzwischen tatsächlich auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Also über die 120 aus dem Jahr 2017 hinaus. Es ist trotzdem nur eine Rendite von 4 Prozent. Aber dennoch, also die gerade Langfristbilanz kann sich sehen lassen. Also wenn wir mal seit dem Spin-off gucken, da ging es bei etwa 50 Dollar los. Jetzt sind wir bei über 125 Dollar. Also ein Plus von 150 Prozent rein in der Aktie. Und dazu gab es in Summe 63,65 Dollar an Bruttodividenden. Also mehr als damals der Wert einer Aktie war. Das zeigt auch wieder, wie sich Aktien über die Zeit bezahlen können durch Dividenden. Das hat hier sehr gut funktioniert. Das wird auch weiterhin funktionieren. Man brauchte halt nur auch bei diesem Blutschip sehr, sehr gute Nerven. Denn zwischenzeitlich ist der Kurs tatsächlich mal von 120 bis in der Corona-Krise auf 60 eingebrochen. Da hat er sich dann relativ schnell erholt. Aber 50 Prozent Drawdown bei einer vermeintlich defensiven Aktie. Und nein, das ist noch nicht alles. Wir werden im Laufe der Sendung Drawdowns nochmal Revue passieren lassen, die deutlich höher sind. Ja, und hier ist es jetzt eben einfach so, dass wir, das können wir schon mal als Hinweis auch zu dem Gesamtverlauf dieser Sendung machen, hier vor der Situation stehen werden, wie gehen wir mit dieser Aktie um. Und wie da die Entscheidung zu aussehen wird, werden wir kurz besprechen. Wenn wir am Ende der fünften Aktie, die wir uns heute vorgenommen haben, das wird dann die Japan Tobacco sein, angekommen sind. Und da gibt es dann auch ein bisschen was an Transaktionen, die hier stattfinden werden, damit wir hier diesen Tabakblock wieder neu glatt ziehen für das letzte Quartal des Jahres 2024. Und ab diesem letzten Quartal 2024 werden wir dann auch in der Tat vierteljährlich da mal kurz hinschauen. Denn dann sind wir auf einem Level der Investitionen auch angekommen, wo das auch vor dem Hintergrund der vereinnahmten Dividenden Sinn macht, diese dann auch wirklich quartalsweise in eine Position nachzuinvestieren, vielleicht mal auf zwei Positionen zu verteilen. Das kann man bei Scalable ja dank der niedrigen Größenordnung von nur 250 Euro, die für eine Order erforderlich ist, um dann wirklich komplett auch kostenfrei zu sein, sehr, sehr gut machen. Von daher werden wir da sicherlich das ein oder andere noch an Transaktionen auch in den Folgemonaten sehen. Aber bei der Philip Morris ist es das an der Stelle gewesen. 5,20 Euro ist die Dividende, die dieser Wert in den nächsten zwölf Monaten ausschütten sollte. Es kommt ja immer quartalsweise, also da eine ganz praktische Sache. Und wenn wir bei Philip Morris sind, dann, Christian, können wir ja direkt bei dem Unternehmen auch weitermachen, wo das Ganze eigentlich hergekommen ist. Und da sind wir dann bei der Altria-Aktie angekommen, also dem Unternehmen, was ehemals Philip Morris war. Die haben dann eben diese International Unit damals quasi an den Kapitalmarkt und an die Aktionäre entlassen. Und dann hat man es eben so gemacht, dass diese Firma umbenannt wurde in den USA, in eine Firma, die dann weniger an Tabak erinnert und eben einfach nur ein Fantasiename ist, der aber den Vorteil hat, dass er im Alphabet relativ weit vorne ist. Und hier stellt sich die Situation etwas anders dar. Denn erstens sind wir vom Allzeithoch, so knapp unter 80 US-Dollar, mit den aktuellen 52, 53 einigermaßen deutlich entfernt. Und wir haben auch keine Bewertung beim KGV oberhalb von 20, sondern unterhalb von 10. Also hier wird dann schon einiges ein ganzes Stück weit anders gesehen. Trotzdem ist es der Aktie im Zuge einer gewissen Tabakbegeisterung auch gelungen, sich in diesem Umfeld und in diesem Jahr ganz positiv zu entwickeln. Die Altria-Aktie, schneller Blick hier ins Depot rein, liegt mittlerweile bei 18, knapp 19 Prozent im Plus. Also ist damit nicht der Schlusspunkt. Der liegt im Moment bei BAT, bei British American Tobacco, zu der wir noch kommen. Aber hier sieht es jetzt einfach mal so aus, dass man aus den USA heraus eben schon feststellen muss, dass die internationale Unit gerade, was die neuen Produkte anbelangt, einiges besser gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Man sieht in den Rankings, die für Aktien-Performance inklusive Dividende sehr weit zurückgehen, so 40, 50 Jahre, immer noch eine Altria sehr weit oben. Das Unternehmen war über Jahrzehnte eigentlich der Inbegriff für effiziente Kapitalallokationen und Shareholder-Value. Deswegen war es auch immer so eine der ersten Anlaufstellen für diejenigen, die gesagt haben, naja, komm, ich will irgendwas Stabiles, irgendwas Defensives mit Dividende haben. Und das hat dann irgendwann, als die Zinsen dann auch noch gesunken sind, dazu geführt, dass man die Altria-Aktie aufgrund dieses großartigen Track-Records, aufgrund der Strahlwirkung auch der Marke Marlboro, trotz des grundsätzlich schwierigen Zigarettengeschäfts, auch im regulatorischen Umfeld, dass man sie so ein bisschen als Anleihenersatz genommen hat, was immer gefährlich ist, aber dazu geführt hat, dass dieses Unternehmen mit einem, naja, schon so 2016, 2017 auf Umsatzebene kaum noch wachsenden Geschäft mit 2021, 22er KGV bewertet wurde und dann auch lange Zeit deutlich besser lief nach der Finanzkrise als die großen Indizes. Und dann gab es noch die fette Dividende drauf. Irgendwann hat man dann gesehen, naja, so ganz realistisch ist das vielleicht doch nicht. Die Märkte wurden vorsichtiger und plötzlich hat Altria auch so die Magie verloren, was Kapitalallokationen anging. Sie haben einige richtig schlechte Deals gemacht. Sie haben Milliarden bei der Expansion in den Bereich der Smoke-Free-Products versenkt mit dem Start-up Juul. Sie haben unglückliche Investitionen in Cannabis getätigt. Sie haben Beteiligungen nicht optimal verwertet. Und deswegen hat man dann mal einen kräftigen Bewertungsabschlag gemacht, der eigentlich so mit dem, was wir historisch bei dieser Aktie gesehen haben, gar nichts mehr zu tun hatte. Inzwischen muss man aber sagen, scheint dieses Thema verdaut zu sein, insbesondere weil man mit dem, na, ich würde wirklich schon mal sagen, letzten Schuss im Bereich der risikoreduzierten Produkte, der Zigarettenalternativen, jetzt wohl wirklich etwas hat, was marktfähig ist. Enjoy nennt sich das Ganze. Da ist wirklich auch mal Wachstum. Im zweiten Halbjahr 2023 wurden 1,3 Millionen von diesen kleinen Geräten verkauft. Im ersten Halbjahr 2024 schon 2,8 Millionen, also mehr als das Doppelte. Und diese Geräte sind ja quasi so die Voraussetzung dafür, dass man dann so dieses Abo-Modell abrufen kann, sprich immer neue Rauchwaren dort verbraucht. Und dabei hat man gerade noch einen neuen Treffer gelandet, denn es wurden vier Vapor mit Mentholaromen zugelassen, die ja vielfach verboten sind. Und da musste man noch 250 Millionen Dollar extra zahlen. Aber man hat halt hier jetzt auch wieder einen Wettbewerbsvorteil. Also die ganz schlechten Zeiten in der Kapitalallokation liegen hinter Ihnen. Und Sie zeigen jetzt gerade auch wieder, dass Sie das Financial Engineering nicht verlernt haben, denn Sie haben neben den Zigaretten, neben den rauchfreien Alternativen auch noch Beteiligungen. Vor allen Dingen hatten Sie über 10 Prozent am Getränke Multi-AB-Inbev. Davon haben Sie jetzt so etwas mehr als zwei Prozent, also gut ein Fünftel, dann weggegeben. Sie haben das am Markt gut verwertet. Und dieses Geld stecken Sie jetzt wo rein? Na, in Aktienrückkäufe natürlich, die es zusätzlich zur Dividende gibt. Und davon will man mehr als 10 Prozent zurückkaufen. Also wirklich schon ein sehr, sehr ordentliches Ding. Und das ist im Grunde genommen so von der Seitenlinie des Aktionärs aus meiner Sicht einfach nur zu beklatschen. Die Bewertung des Unternehmens ist, je nachdem, welche Zahlen man sich anguckt, auf einer ganz, ganz ad hoc Basis, wie wir es bei Guru Focus im Moment eingeblendet sehen, eben bei ungefähr 11. Aber bezogen auf das Gesamtjahr soll es dann eben eine Zahl unter 10 sein. Denn hier werden im Moment 4,63 Dollar erwartet. Also da ist man einfach ganz gut mit dabei. Es bleibt dann allerdings immer noch eine 11, blöderweise. Das kriegt man auch nicht anders hingebogen. Das ist attraktiv. In dem Moment, wo die Aktienanzahl natürlich um 10 Prozent reduziert wird, hat man einen zusätzlichen Boost auf den Gewinn pro Aktie. Aber das Unternehmen macht ja deswegen nicht weniger Umsatz selber. Aber weil weniger Aktien dem gegenüberstehen, steigen alle Erfolgssinnenskahlen. Der Umsatz pro Aktie steigt. Der Gewinn pro Aktie steigt. Und in dem Moment, wenn der Kurs noch nicht anzieht, ist es eine Geschichte, bei der es sich lohnt, mit dabei zu sein. Zumindest aus meiner Sicht. Ich fühle mich mit dem Investment im Moment wirklich pudelwohl. Es gehen eben so ein paar weitere Sachen noch mit einher. Christian hat bereits die Geschichte angesprochen mit dem Verkauf an Häuser Busch, wo man ja immer auch noch einen ganz ordentlichen Anteil an dem Unternehmen hat. Also acht Prozent des Unternehmens gehören einem immer noch. Es war ja nur dieses eine Fünftel, diese 18 Prozent, die verkauft wurden. Gleichzeitig werden Dividenden jetzt angehoben auf einen Dollar zwei als Quartalsdividende. Also vier Dollar, die ab sofort jedes Jahr reinkommen. Also eine Dividendenrendite von um die acht Prozent. Und das ist vor dem Hintergrund eben eine ganz schöne Sache. Und daran konnten auch nichts ändern, dass man bei den Quartalszahlen so ein bisschen die Gewinnerwartungen verfehlt hat. Es wurden 1,34 pro Aktie erwartet. Es wurden dann nur 1,31. Aber das konnte dem Aktienkurs eben auch nicht großartig was anhaben. Und kurzfristig ging es mal 5 Prozent nach unten. Aber davon ist jetzt nicht so viel übrig geblieben. Und vor dem Hintergrund, auch dass man die Gewinnprognose jetzt noch ein bisschen präzisiert hat, ist es im Moment für mich hier einfach so, dass es ein hochgradiges Wohlfühlinvestment ist, wo ich mich auch jetzt schon darüber freue, dass wir auch diese Position heute noch mal ein ganzes Stück aufstocken werden. Ja, für mich ist es die Tabakaktie, die ich am längsten im Portfolio habe. Ich konnte mich da im vorletzten Jahr und im letzten Jahr nicht durchringen, da aufzustocken, weil mir das Unternehmen einfach zu viel Unsinn getrieben hat. Aber ich habe gleichzeitig durchgehalten und mit der Dividende fiel das ja auch nicht so schwer. Und ja, jetzt hängen sie auch fundamental wieder ordentlich in der Wand drin. Sie haben ja auch bei diesen Nikotin-Pouches eine Lösung mit ON. Allerdings, da freue ich mich schon, wenn das alles so in sein soll, wie man das ja auch bei Philip Morris sieht, warum ist dann der Umsatzanteil bei Altria seit Jahren irgendwie so 10%, entsprechend 2,7 Milliarden. Also da wächst man nicht so, wie man es eigentlich tun sollte, wie man es erwarten würde. Also es gibt nach wie vor was zu tun. Ich weiß nicht unbedingt, ob man die Aktie angesichts eines stagnierenden Umsatzes jetzt wirklich dramatisch höher bewerten muss. Vielleicht kann man da irgendwann auch mal wieder ein KGV von 12, 13 draufschreiben, statt von 10. Das wäre ja immerhin bei konstanten Ergebnissen dann auch nochmal 20, 30%. Aber diese Dividende, wenn man die bekommt und der Kurs nicht nach Süden abhaut, das ist ja auch schon mal attraktiv. Und das hat ja auch in der Vergangenheit über die Zeit sehr, sehr gut funktioniert. Wenn wir uns das mal anschauen, 2008 am Beginn des Zeitraums, den wir ja immer gerne angucken, war der Kurs bei 23,11 Euro. Ja, jetzt sind wir inzwischen irgendwie deutlich wieder über 50, nach wie vor unter den alten Hochs. Aber spannend ist, es gab in dieser Zeit 41,32 Dollar an Dividenden. Also brutto fast das Doppelte dessen, was man 2008 für diese Aktie bezahlt hat. Und das kann, wenn man keinen Unsinn macht, auch so weitergehen. Es ist nicht so, dass man jetzt viel Geld übrig hat zum Investieren. Die letzten drei Jahre 25 Milliarden Free Cashflow. Davon sind 20 Milliarden an Dividenden rausgefeuert worden, viereinhalb Milliarden an Aktien rückkäufen. Aber man muss sich um diese Dividenden, um diese Aktienrückkäufe zu stemmen, wenigstens nicht verschulden. Man hat ja noch die Schatulle mit AB InBev. Und insofern sind auch die Netto-Schulden zwar in absoluten Zahlen, 23 Milliarden Dollar, recht üppig. Aber wir reden hier am Ende eben nur über zweimal EBITDA. Ja, und die Dividenden-Historie, die wir jetzt eben hier schon haben, die habe ich eben jetzt auch mal im Bild eingeblendet. Und da sieht man eben auch sehr, sehr schön, dass das ganz brav und kontinuierlich jedes Jahr so reintröpfelt, jedes Quartal so reintröpfelt. 80 Dollar sind es im Moment. Und naja, das werden dann ab dem nächsten Quartal mehr, weil da werden wir ja auch ein paar Stücke mehr haben. So, das waren die beiden Seiten des Marlboro Man. Damit verlassen wir die USA zumindest, also de jure, und nähern uns dem ersten britischen Tabakkonzern, der sozusagen der erste global aktive ist. Denn, wie gesagt, Altria hat nur die USA, Philip Morris International hat die USA nicht. British American Tobacco, ja, die haben alles drin, global aktiv, auch in Schwellenländern stark. Die Indien-Beteiligung, die ja an der Börse absurd hoch bezahlt wird, wie viele indische Tochtergesellschaften etablierter Konzerne, hast du schon erwähnt. Und auch was die Produkte angeht, ist man sehr, sehr breit aufgestellt. Man hat eben nicht nur die klassischen Zigaretten, sondern man hat auch E-Zigaretten, man hat Tabakerhitzer, man hat auch diese Oral-Tobacco-Anwendungen, also die Nikotin-Pouches. Das allerdings noch nicht in der Relevanz wie bei Philip Morris. Man hat erst 18 statt 38 Prozent Umsatzanteil in diesen Risk-Reduced Products. Tja, und was das Wachstum angeht, muss man sagen, zuletzt in den Halbjahreszahlen sah das nicht ganz so doll aus. Der Umsatzrückgang von 8 Prozent wird dann zwar zu einer quasi Stagnation, wenn man konstante Währungen reinrechnet, aber naja, Währung ist halt auch irgendwie und deswegen 8 Prozent Minus ist einfach mal eine Hausnummer. Und bei der Profitabilität, da muss man auch noch Gas geben. Das ist dem Unternehmen durchaus klar. Und solange man das nicht wirklich nachhaltig schafft, wird wohl auch die Bewertung, wird auch das KGV, genau, was man da an der Börse draufschreibt, nicht nachhaltig steigen. Über das hinaus, was wir in den letzten Monaten an Korrektur gesehen haben, das darf man ja auch nicht vergessen, zeitweilig wurde die Aktie mit einem 6er KGV gehandelt, also sozusagen quasi fast Pleite mit Ansage. Da hat man jetzt immerhin mal ein 8er bis 9er draufgeschrieben, aber das ist halt noch weit entfernt von dem, wo eine Altria und vor allem, wo eine Philip Morris International steht. Aber wir haben eben bei BAT auch nicht diese Qualität. Aber man hat ganz tolle Ziele, man hat eine ganz tolle Sprache, die man nach draußen denkt. Tadou Marokko, der CEO von British American Tobacco, hat den letzten Halbjahresbericht mit den Worten eingeleitet, We are building a smokeless world. Also das ist dann schon was ganz Besonderes bei einem Unternehmen, was den Titel Tobacco eben immer noch im Firmennamen trägt. Da könnte es vielleicht auch mal ein bisschen Geld für eine Umfirmierung ausgegeben werden. Zumindest steht das bei dieser Art und Weise des Rausgehens und des sprachlichen Rausgehens im Fokus. Denn man darf ja eines nicht vergessen, das ist mal eben das zweitgrößte Tabakunternehmen der Welt, über das wir hier sprechen. Eben wie zum Ausdruck gekommen ist jetzt nicht so bewertungstechnisch auf dem Niveau, wie es beispielsweise eine Philip Morris International ist. Aber mit seinen 85 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung und den 130 Milliarden US-Dollar an Enterprise Value eben schon ein wirkliches Schlachtross. Wenn man sich dann auch mal vergegenwärtigt, was diese Unternehmen, in dem Fall eben eine British American Tobacco, so an Tabakwaren produzieren, dann sind es hier die unglaubliche Anzahl von 555 Milliarden Zigaretten, die hier produziert werden. Und wenn man sich 555 Milliarden nicht so ohne weiteres vorstellen kann, ein bisschen besser, aber auch nicht so richtig doll, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass wenn Leute komplett Langeweile hätten und diese 555 Milliarden Zigaretten mal so aneinanderlegen würden, dann würde das ausreichen, um 1387 Mal um die Welt zu fliegen. Wenn ihr mit eurem Taschenrechner auf eine andere Zahl kommt, dann schreibt die gerne damit rein. Wichtiger ist hier, was passiert da gerade so? Und da liest sich, wenn man in die Zwischenergebnisse reinguckt, dann klingt das mit der rauchfreien Welt eben erst mal so ganz schön in der aktuellen Sprache, aber wenn man dann sich mal den Halbjahresbericht ein bisschen anguckt, dann gibt es einen ausgewiesenen Umsatzrückgang, dann gibt es auch einen organischen Rückgang, dann gibt es Umsatz mit neuen Kategorien, sogar der ist gesunken. So, dann sagt man, dass man zwar für das zweite Halbjahr eine Beschleunigung erwartet durch Produktinnovation, wodurch denn sonst, aber da röchelt es im Moment so ein bisschen. Dennoch, auf der Bewertungsebene wirkt das Unternehmen natürlich wie ein Schnapper. Also wenn man sich dann in den Zahlen in der Tat mal anguckt, was passiert hier eigentlich so und wird es dem Unternehmen dann auch einigermaßen zeitnah wieder gelingen, auf die Gewinnspur zurückzukommen, dann hat man das mit dem letzten Quartal im Juni 2024 eben einigermaßen deutlich auch beantwortet, als dann zumindest wieder beim Net Income 5 Milliarden Euro. Ganz wichtig, bei allen Guru-Fokus-Darstellungen dieser Sendung sind immer Euronotizen da. Warum? Weil es mit den Lizenzen dann am einfachsten war. Wir haben diese, ich habe diese britische Lizenz da nicht dazu gebucht und das hemmt hier so ein bisschen die Möglichkeit, das auch in Pfund und Pens darzustellen. Also von daher alle Darstellungen der Guru-Fokus-Zahlen erfolgen hier in Euro und da sind es dann eben 5,3 Milliarden Euro und wenn wir auf die Südseite gucken, dann könnt ihr eben auch sehen, 63 Milliarden Euro ist die Marktkapitalisierung, 103 ist der Enterprise Value. Wir sehen also sehr, sehr schnell, dass da offensichtlich 40 Milliarden noch auf der Verschuldungskode liegen. Und das ist ja auch das, was wir in der Sendung mit dem Jonathan in irgendeiner Form rausgearbeitet haben, dass da das Unternehmen eben auf dem Weg ist, die Entschuldung voranzutreiben oder die Verschuldung nach unten zu bringen. Also Entschulden ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Muss man ja auch gar nicht, wenn man sich anschaut, was da an EBITDA, was da auch an Free Cashflow generiert werden kann, der liegt dann eben, der lag in 23 eben auch bei 12 Milliarden Euro. Auch da ist es die Eurozahl. Also vor dem Hintergrund soll es da eben, wie auch schon gesagt, ein bisschen runtergehen. Und dann steht hier eben auch das Fenster dafür offen, dass man auf Basis einer sehr, sehr ordentlichen Dividendenrendite diese eben nicht unbedingt erhöhen muss, sondern stattdessen das Geld hoffentlich, insbesondere bei einer so günstigen Bewertung, die die Aktie dann hat, in Aktienrückkäufe packt, um die Anzahl der umlaufenden Titel zu reduzieren. Und das kann man dann eben aussteuern, je nachdem, wie da die Situation ist. Ich bin persönlich der Meinung, solange ein KGV auf normalisierter Ebene unter 10 liegt, würde ich Aktien zurückkaufen und die Verschuldung auf dem Niveau billigend in Kauf nehmen. Wenn das Kursgewinnverhältnis dann, sagen wir mal, auf über eine 12 steigt, kann man die Aktienrückkäufe sofort auch einstellen. Zwischen 10 und 12 führt man keine durch, sondern wartet einfach mal ein bisschen mit der Kohle ab. Aber oberhalb von 12 reduziert man dann eben einfach weiterhin mit den Cashflows, mit den Geldern, die zurückkommen und die nicht als Dividende ausgeschüttet werden. Seine Verschuldung, beides schöne Möglichkeiten. Und vor dem Hintergrund auch eine schöne Investmentmöglichkeit, die wir uns auch noch mal in der Gesamtbilanz angucken können. Denn es ist die zweitwertvollste Position, weil wir eben aufgestockt haben beim letzten Mal. Aber das war eben auch eine der performance-schwächsten, der relativ performance-schwächsten Position, die jetzt zwar einen Sprung gemacht hat, aber auf der Gesamtbetrachtung eben immer noch nur bei 16% Kursplus liegt und damit der schwächste Wert in dieser Fünfergruppe von Aktien ist. Naja, also British American Tobacco hat eine ganze Reihe an Baustellen, aber man kriegt eben dafür auch eine ordentliche Prämie. Ich meine, seit 2020 haben die immer 8 bis 10 Milliarden Pfund Free Cashflow gemacht und das für eine Company, die eben inklusive der von dir erwähnten Schulden keine 100 Milliarden Pfund wert ist. Das heißt also, wir haben so eine Enterprise Value zu Free Cashflow Bewertung von 10 und das ist wirklich eine faire Sache, wo man auch als Aktionär sagen kann, also mit der Dividendenrendite und der Perspektive, dass die im operativen Geschäft mit ihrer globalen Aufstellung sich wirklich effizienter präsentieren können, da ist was Ordentliches dran. Was die Aktienrückkäufe angeht, da gab es ja vor einigen Monaten bei BIT eine Initiative eines aktivistischen Investors, dass der vorgeschlagen hat, dass man die Dividende komplett streicht und die 5 Milliarden, die man so im Jahr aufwenden muss, um diese Dividende zu zahlen, dann eben in Aktienrückkäufe steckt. Der hat auch dann nachgerechnet, vorgerechnet, warum dieser, wie Charlie Manger es sagte, Aktienkannibalismus, Sharekannibalism viel mehr Wert schaffen würde als die Dividende. Dem hat man sich allerdings nicht angeschlossen. Und zu dem Thema Schuldentilgung, naja, da sollte man immer im Hinterkopf halten. Wir haben das ja auch schon gesehen bei Immobilienaktien sowie bei einigen anderen Unternehmen. Auch bei Firmen gibt es sowas, was man finanzielle Freiheit nennt. Und wenn eine British American Tobake Court, bevor man jetzt groß Aktien zurückkauft, zunächst erstmal schaut, dass man ein bisschen den Finanzierungshebel noch runternimmt, finde ich das eine sehr rationale Erwägung aus Risikogesichtspunkten. Aber reden wir dann vielleicht in einem Jahr nochmal darüber, wenn man auch beim Cashflow wegen höherer Effizienz ein bisschen zugelegt hat, ob man dann nicht auch wieder etwas mehr bei den Rückkäufen tun kann. Und damit sind wir angekommen beim vierten Tabakwert, den wir in diesem Tabak-Update besprechen wollen, nämlich Imperial Brands. Ich bin sofort auf die Zahlenseite gesprungen, um direkt den Blick in die dritte Zeile des dritten Blocks zu richten, auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was seit Jahren unterhalb von 10 notiert, Kurs-Gewinn-Verhältnis auf der TTM, also auf der Trailing-12-Month-Basis, auf Basis der für die letzten zwölf Monate angefallenen Gewinne, sieht es eben so aus, dass das bezogen auf die 3,25 Euro, die da angefallen sind und einem Aktienkurs im Bereich der 27 Euro so ist. Was hier eben sehr angenehm ist, wir haben bei dem Unternehmen einen Free Cashflow von 3,76, die wir dann eben auch in Verbindung setzen können, wenn wir es mal als Zahlen nehmen, was der Free Cashflow ist, nämlich so im Bereich 3,5 Milliarden Euro im Vergleich zum Enterprise Value sehen können, dann haben wir einen Faktor von 10 bezogen auf den Enterprise Value und den Free Cashflow. Also auch eine sehr, sehr angenehme Zahl, die da zu verzeichnen ist. Ansonsten, wenn wir uns die Zahlen Free Cashflow per Share, Gewinn pro Aktie und auch die Dividende anschauen, ist es eine sehr, sehr schöne Kaskade. 3,76 als Free Cashflow, 3,25 davon bleiben im Moment als Gewinn übrig und 1,71 gehen an die Aktionäre heraus. Was dann wiederum bezogen auf den Aktienkurs von 26,60 Euro eben auch eine lockere 6,5% der Position im Bereich der Dividendenrendite ausmacht. Wenn wir auf die Zahlen hier sofort gucken, dann sehen wir eben auch, Market Cap Enterprise Value haben eine Differenz von in etwa 12 Milliarden Euro. Wenn wir dann sehen, 5,5 Milliarden werden als EBITDA erwirtschaftet, wie gesagt, 3,5, knapp 4 als Free Cashflow, dann sind wir da eben auch in einer Situation, wo wir uns genauso eigentlich wünschen können, dass vielleicht die Dividende gar nicht erhöht wird, sondern dass das Geld einfach da reinfließt, wo es wahrscheinlich viel nutzbringender ist bei einem KGV von unter 10, nämlich in Aktienrückkäufe. Und das, Christian, ist auch etwas, was hier ansteht. Denn das Aktienrückkaufprogramm von 1,1 Milliarden, jetzt haben wir wieder mal eine andere Währung, Pfund, ist ja auch am Laufen. Ja, ja, das ist am Laufen. Und wenn man das auch mal ins Verhältnis setzt zur Dividende, 1,3 Milliarden, da sieht man, das ist schon eine andere Relation als BIT. Das ist ungefähr ausgeglichen. Bei BIT ist ja ganz klar der Fokus auf der Dividende. Überhaupt habe ich bei Imperial Brands insgesamt den Eindruck, dass man tendenziell versucht, Investitionen zu reduzieren, auch in die neuen Produkte, um mehr und schneller Shareholder Value zeigen zu können. Vielleicht auch aufgrund der Historie, denn Imperial Brands ist ja der einzige von unseren Tabakwerten, der tatsächlich die sakrosankte Dividende 2021 dann mal gekürzt hat und seitdem auch nicht wieder auf ein Niveau wie vor dieser Kürzung im Kontext der Corona-Krise angehoben hat. Da hat man damals einen klaren Schnitt gemacht und diese Shareholder-Value-Orientierung, die vielleicht auch eine Zeit lang mal nicht so ganz fokussiert war, die versucht man jetzt wieder zurückzubringen. Dazu sollten wir bei Imperial Brands ja immer noch dran denken, wenn wir auf die Umsätze schauen, die bestehen nicht nur aus Zigaretten und Zigaretten-Alternativen, sondern das sind rund 12 Milliarden Smoking und dann noch 6 Milliarden Distribution, nennen sie das also das Logistikgeschäft, denn irgendwann hatten sie ja mal den großen Plan, sie wollten irgendwie eine Holding werden und wollten dieses Tabakgeschäft so ein bisschen zurücktrennen, als das so Bebe war. Das war ein bisschen zeitgeistig, jetzt haben sie dieses Logistikgeschäft halt auch noch. Das sollte man im Hinterkopf halten, aber irgendwie mir ist das alles zu verwässert. Also ich habe im Depot eine Philip Morris, ich habe eine Altria, ich habe eine BAT. Jetzt verrate mir doch mal einen validen Grund, warum ich zusätzlich zu diesen drei Aktien jetzt auch noch eine Imperial Brands bräuchte. Wo ist der Charme? Du brauchst sie gar nicht. Du hast so viele knackige Einzelpositionen, wo du sagst, da brauchst du nicht unbedingt jemanden dazunehmen. Aber der viertgrößte internationale oder das viertgrößte internationale Tabakunternehmen verschwindet dann eben hinter den Top Dreien manchmal so ein bisschen aus dem Fokus. Und was wir hier eben einfach haben, ist ein Unternehmen, was im Grunde genommen eine relativ angenehme Kapitalstruktur hat. Also die sind eben schon auf einem Verschuldungslevel angekommen, wo man sagen kann, naja, bezogen aufs EBITDA ist es eben schon mal eine ganz angenehme Größenordnung. Und die haben eben zweimal EBITDA einen Tick mehr als Schulden und können da eben sehr, 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 sehr frei agieren. Sie sind sehr günstig bewertet. Sie hinken vielleicht ein bisschen bei den neuen Produkten da hinterher, aber trotzdem machen sie sehr, sehr stabile Erträge, die sie dann eben auch dafür nutzen können, entweder die, ja, wie gesagt, niedrige Verschuldung abzubauen oder aus meiner Sicht eben wesentlich sinnvoller, vor allen Dingen Geld in ordentlich intensive Aktienrückkäufe zu stecken. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann würdest du einfach mit einer vierten Position bei deinen Tabakwerten die Gesamtbewertung, die durch eine Altrei, nee, durch eine Philip Morris International, die im Grunde genommen ein bisschen nach oben gesetzt werden, senken im Vertrauen darauf, dass sich dieser Form von Tabakkonsum eben einfach fortsetzt und irgendwann auch für dieses, für dieses, ja, Cigar-Bud-Business, das es ja im Grunde genommen ist, es schrumpft ja tendenziell eher, aber das eben noch mitzunehmen und bei der Umgruppierung von Geschäftsaktivitäten da eben mit dabei zu sein. Und das kannst du zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Also für mich ist es relativ einfach. Wir fokussieren ja in dieser Sendung die Anzahl der Aktien von im Moment sieben auf fünf runter und ich finde da eben ganz angenehm, dass mit einer Imperial Brands eine sehr günstig bewertete Aktie auch noch dafür sorgt, dass dieser Korb insgesamt ein bisschen günstiger bewertet ist als ein Dreierkorb, wie du ihn hast. Ja, das ist immer so ein bisschen verkehrte Welt hier, nicht bei der Tabak-Sendung. Ja, das ist, glaube ich, der einzige Bereich, in dem dein Depot mal größer und breiter aufgestellt ist als meins. Und dann haben wir ja noch die Geschichte, dass du plötzlich hier ja auch die Dividenden lieben und schätzen lernst, die du aus diesen Werten bekommst. Das sind ja ganz nette Zahlungseingänge, ist ja sonst auch eher meins. Aber eins ändert sich nicht und das ist das Thema günstig. Und günstig ist nicht nur Imperial Brands, sondern günstig sind auch japanische Aktien. Damit sind wir bei der letzten, nämlich Japan Tobacco. Wobei wir sagen müssen, also wenn man jetzt mal auf die aktuellen Zahlen schaut und selbst auf die, ja, ja, auch das gibt es, erhöhte Prognose zum Halbjahr. Also das ist ungefähr so ein Gewinn Multiple von 15. Und bei aller Qualität, die das Unternehmen sicher gerade unter Beweis stellt, auch mit steigenden Umsätzen, mit einer knackig gesunden Bilanz, ist es eigentlich nicht das, was man jetzt in Japan erwarten würde. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und das ist auch ganz lustig, wenn man sich da, wenn man sich da so ein paar Sachen einfach durchliest bei dem Unternehmen, was da in der Tat so alles passiert, dass nämlich der Umsatz im Gesamtunternehmen um 13 Prozent gestiegen ist auf, wir machen heute Währungsrittexcellence auf 1,6 Billionen japanische Yen. Ich blende mal lieber gleich schon die Zahlen für Javenturego ein, damit wir wieder in den Eurosphären unterwegs sind. Das ist bei Japan nochmal so ein bisschen erschlagender. Aber hier geht es darum, dass im ersten Halbjahr der Umsatz um 12,7 Prozent gestiegen ist. Im Kernumsatz stieg er um 6,2 Prozent. Also das sind schon mal Sachen, wo wir sagen, das ist schon erstaunlich, wie dieses Unternehmen hier eben auch wächst. Ist übrigens, weil wir ja vorhin immer so ein bisschen in den Rankings drin waren, der drittgrößte, das drittgrößte Tabakunternehmen der Welt, was hier in der Tat mittlerweile eben aus den ganz günstigen Bereichen, in denen wir ja in 19, 20 und auch 21 gekauft haben, so ein bisschen rausgewachsen ist und eben kein KGV um die 10 mehr hat, sondern mittlerweile eben eins bei 15. Aber in der Tat, also Umsatzprognose um, ja super, 93 Milliarden Yen nach oben korrigiert. Also da auch ein Anstieg um 9,4 Prozent noch mal erwartet. Also da geht es in irgendeiner Form voran und da ist dieses asiatische Unternehmen eben einfach ein bisschen anders auf anderen Märkten aufgestellt und kann davon profitieren. Was allerdings auch auffällt, das wollen wir mal an der Stelle nicht unter den Tisch fallen lassen, ist, dass der, dass der sowohl das operative Ergebnis als auch die ganzen Gewinnkennzahlen eher unterproportional wachsen, was ein bisschen schade ist und was dann auch einen möglichen Risikofaktor perspektivisch für eine Bewertung darstellt. Aber mit einem 15er KGV ist dieses Unternehmen, was ja durch eine Sache auch noch hervorsticht, nämlich Schuldenfreiheit und damit eben eine sehr, sehr angenehme Bilanzstruktur hat, die ihn an der Stelle, die einen Anleger auf jeden Fall an der Stelle ruhig schlafen lässt, gut aufgestellt. Wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass ja von den Gewinnen nur in Anführungsstrichen 75 Prozent, Christian, ausgeschüttet werden, wäre hier ja theoretisch auch noch so ein bisschen Platz, einfach von den übrig gebliebenen Geldern noch Geld in Aktienrückkäufe zu stecken, weil, wie gesagt, Schulden hat man ja nicht. Aber trotz aller Bemühungen japanischer Unternehmen so für den Weltkapitalmarkt so ein bisschen interessanter zu erscheinen, so bei den Aktienrückkäufen hat man sich da noch nicht so richtig in Bewegung gesetzt. Ja, jetzt nicht in diesem Fall, aber man sieht, man sieht schon, dass insgesamt diese Ermahnungen, die vorletztes und letztes Jahr sowohl von der Börse als auch vom japanischen Finanzministerium an die Adresse der Unternehmen gegangen sind, doch mal mehr den Shareholder Value ins Auge zu fassen und Kapital effizienter zu allokieren, dass da doch durchaus was passiert ist. Es gab eine ganze Reihe von Dividenden, Ankündigungen und auch von Aktienrückkaufprogrammen, nur halt in der Regel von Unternehmen, die da zunächst mal im Fokus waren, nämlich Unternehmen, deren Kurs-Buchwert-Verhältnis unter 1 waren, die also an der Börse nicht mal mit dem Buchwert ihrer Anlagen bezahlt wurden. Ja, und da kann man das schon irgendwie nachvollziehen. Das waren dann auch Unternehmen, die teilweise sehr große Beträge einfach ungenutzt und zinslos im Konto verschimmeln hatten. Und das ist hier auch nicht, ich muss sagen, also bei 75 Prozent Ausschüttungsquote und ja auch gewissen Investitionsbedarf für den Rollout dieser Tabakerhitzer unter dem Brandname Plum. Naja, da kann man, wenn die Aktie denn wirklich historisch mal günstig wird, was machen. Aber auf dem bisherigen Niveau will ich sagen, ist es ganz gut, was das Management macht, einfach den Stiefel durchzuziehen. Was ich bemerkenswert fand, ist, dass sie sowohl Volumen als auch Preiswachstum hingekriegt haben. Das ist untypisch momentan für Konsumgüterwerte. Durchaus auch beachtlich, hat sicherlich aber auch mit der regionalen Aufteilung zu tun. Denn anders als der Name suggerieren könnte, ist Japan Tobacco nicht schwerpunktmäßig in Japan tätig, sondern sie machen nur 25 Prozent ihres Umsatzes dort. Der Rest ist weltweit und sie sind auch recht stark in den Schwellenländern, wo ja Rauchen teilweise auch noch nicht so geächtet ist, wie in vielen Bereichen der etablierten Volkswirtschaften. Gleichzeitig sind sie damit auch mitten im Sturm dessen, was so an den Devisenmärkten los ist. Und wenn man diese Zahlen von Japan Tobacco sich anschaut, sieht man sehr, sehr große Differenzen zwischen den As-Reported Figures, also dem, wie es wirklich nach Bilanzierung in japanischen Yen aussieht und dem, wo die Währungseffekte herausgerechnet sind. Also steht dann immer dabei Constant Currencies, weil gerade Emerging Markets Währungen eher schwach sind. Der japanische Yen war sehr, sehr schwach, hat eine Trendwende hingelegt, vielleicht in den letzten Wochen, zwei Monaten. Dazu ist immer die Frage, wo wirkt das denn gerade? Nur bei den Umsätzen, wie sind die Inputkosten verteilt? Insofern sind Währungseffekte auch nicht eindeutig, wenn man das ein bisschen studieren möchte und wenn man da auch ein bisschen den Eindruck mal von haben möchte, was das eigentlich heißt, wenn so ein multinationaler Konzern, der in unterschiedlichen Währungsräumen verkauft und produziert, in diesem Währungsgeflecht steckt, dann sollte man diese Unterlagen sich mal durchschauen von Japan Tobacco. Ich habe das gemacht für die Sendung hier, weil es mich auch interessiert, muss aber auch hierzu sagen, ich habe die Aktie mal gehabt, habe sie aber dann, weil ich ja bis auf Itosho alle japanischen Aktien bei mir rausgekegelt habe und das entsprechend auf den Fonds und den ETF fokussiert habe, jetzt nicht mehr im Depot. Und das war unsere Reise durch die Tabakaktien, die wir nach dieser Sendung noch im Echtgeld-TV-Depot haben werden. Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands, Altria und Japan Tobacco sind in der Reihenfolge ihrer Depotgewichtung beziehungsweise ihres Depotvolumens jetzt mal gerankt worden, aber ihr seht dann noch zwei weitere Unternehmen. Und was wir mit diesen beiden Aktien machen und wie wir das Gesamtbild nochmal so darstellen, das erfahrt ihr nach dem Hinweis, der jetzt kommt, der nochmal die Leute ein bisschen stärker adressiert, die vielleicht auch sagen, ich hätte es ganz gerne anstelle von Tabakaktien ein wenig globaler. Invesco ist ein internationaler Vermögensverwalter mit einem global verwalteten Vermögen von 1,7 Billionen US-Dollar und einer der weltweit größten Anbieter von Exchange Traded Funds. Die Produktpalette umfasst mehr als 140 ETFs und ETPs, also börsengehandelte Fonds und Investmentprodukte. Außerdem sehr wichtig, auf der Kostenseite gehört Invesco bei den Kernbausteinen wie S&P 500, Nasdaq 100 oder FTSE All World europaweit zu den führenden Häusern. Einfachheit und niedrige Kosten stehen auch beim globalen Welt-ETF im Mittelpunkt. Den hat Invesco vor etwas über einem Jahr in sein Angebot aufgenommen. Mittlerweile sind in diesem ETF mehr als 400 Millionen Euro investiert. Ihr erhaltet hier mit nur einem Produkt Zugang zu über 4000 globalen Aktienunternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Außerdem gehört dieser ETF mit laufenden Kosten von nur 0,15% pro Jahr zu einer der kostengünstigsten Möglichkeiten, sowohl breit aufgestellt, als auch langfristig zu investieren. Egal ob ausschüttend oder thesaurierend, es gibt beides. Mehr zu diesem und den anderen ETFs von Invesco erfahrt ihr in den Shownotes oder natürlich direkt auf www.invesco.de. Das also nochmal der Hinweis auf unseren Partner Invesco, der hier dann auch in Form dieser Werbung zu Gast ist, die uns im Übrigen auch ermöglicht, dann in den ersten vier Wochen hier auf die YouTube-Monetarisierung zu verzichten, was für euch das See- und Höher-Erlebnis ein bisschen angenehmer machen sollte. Wir kommen aber zurück, Christian, zu diesen beiden Aktien. Und da hatte ich dir ja im Vorfeld der Sendung gesagt, dass mich das tendenziell dann eben schon ein bisschen nervt, diese Sieben-Position, dass mich auch nervt, dass ich immer noch im Grunde genommen diese Ankündigung im Raum zu stehen habe, mich um die Rückholung von verauslagten Steuern in der Czech Republic zu kümmern, worauf ich, nachdem ich mich da mal ganz kurz damit beschäftigt habe, wirklich sowas von keine Lust habe, wie es nur sein kann. Jeder von euch, der sagt, Mensch, das wäre aber total schön gewesen, ich könnte total einfach zeigen, wie einfach oder auch wie schwer das geht, kann sich dazu aufgerufen fühlen, sich einfach bei hallo-at-echtgeld.tv zu melden, zu sagen, wenn ich das schon nicht mache, an meine Adresse adressiert, nämlich diese Steuerrückgewinnung, vielleicht sagst du ja, du hast es gemacht. Und dann schreib es uns gerne, denn dann kannst du gerne mal so in einem 10-minütigen Gastauftritt hier erzählen, wie das Ganze abgelaufen ist, wie schwer das Ganze war und dann kannst du dir von Christian die ganzen Fragen stellen lassen, zu denen ich ja gar nicht so richtig geeignet bin, weil ich in dieser Steuerthematik nicht so tief drin bin wie er. Ja, ich kann da auch nichts zu sagen, weil ich noch nie eine tschechische Aktie hatte, folglich auch keinerlei, nicht mal spaßeshalber Erfahrung mit der Rückholung von Quellensteuern habe. Ja, unterm Strich bin ich ja mit dem Engagement sowieso immer so ein bisschen so im Dunkeln getappt. Ich habe das nie ganz verstanden, warum man da so als Minderheitenaktionär noch irgendwo mit am Tisch sitzen muss, wenn man schon die große Mutter hat. Immerhin, du hast kein Geld verloren, unterm Strich, weil wenn man den Kursverlust der Aktie sieht und dagegen die Dividendeneinnahmen rechnet, selbst ohne Quellensteuererstattung, bleibt da noch ein kleines Plus. Das geht halt in unterschiedliche Töpfe, aber gut, da rege ich mich jetzt nicht drüber auf. Das wäre noch wieder ein ganz anderes Thema. Ja, und dann hätten wir noch die Vector Group. Der eine oder andere wird sich erinnern, US-amerikanischer Anbieter von eher Discounting-Zigaretten, eigentlich damit ein Profiteur der Inflation. Und zumindest so für die letzten Monate kann man sagen, ja, in der Tat, das hat sich genauso angelassen wie bei den etablierten Werten seit Jahresanfang rund 30 Prozent plus. Also genau diese Aufholbewegung, die wir auch bei den anderen Tabakwerten gesehen haben. Ja, aber jetzt da zu sagen, okay, dieser spezielle Anlagehintergrund hat sich besonders gelohnt, kann man nicht sagen. Immerhin, du hast einen Kursplus von, ich glaube, 15 Prozent. Du hast ordentliche Dividenden bekommen. Ganz am Anfang gab es auch mal Gratisaktien. Und dann hast du noch einen Spin-Off bekommen, mit dem wir uns mal in der Immobilien-Sendung beschäftigen werden. Douglas Erleman. Ja, also von dem Hintergrund, ich bin da auch gar nicht böse. Aber ich muss eben auch sagen, mir reicht dann auch diese Vorbereitung bei den Sendungen zu Tabakaktien, wenn man sich da auf fünf Aktien vorbereiten muss. Mir reicht es auch, um eine gewisse Positionsabrundung zu haben. Da habe ich in den letzten Wochen einfach gemerkt, also auch beim Gedanken an diese Sendung, dass mir das ein bisschen zu viel war. Und vor dem Hintergrund dann eben auch die Entscheidung, hier aus diesem Wert auch noch rauszugehen und zu sagen, reduzieren wir es doch einfach auf fünf verschiedene Aktien, während wir noch mal ein bisschen auf die Ausschüttungen von der Vector Group gucken. Das waren immerhin auch jedes Quartal so 50 Euro. Schöne Sache. Geben wir den Kollegen da noch ein bisschen Zeit und wenden uns, Christian, dem zu, was wir ja auch noch vorbereitet haben. Denn gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer diese fünf Tabakaktien an, die uns jetzt a ins Jahr 25 auch wiederum begleiten werden. Wie sehen wir dann gleich, aber erst mal vielleicht noch ein bisschen, ja, ein paar Worte zu dem, was wir hier mit diesen fünf Aktien eigentlich so alles seit März 2008, wir können nicht im Januar anfangen, weil da gab es die Philip Morris International noch nicht. Die gibt es erst seit März 2008. Deswegen also ausnahmsweise zwei Monate später als sonst. Ja, sonst hätte das nicht so viel Sinn gemacht. So haben wir es alles drin. Für diejenigen, die die Sendung schauen oder die die Unterlagen sowieso vor sich haben, wir haben euch ja zu den einzelnen Werten diesen Breakdown geliefert, geliefert, Kursentwicklung, kumulierte Dividenden und dann den Gross Total Return. Also das, was in Summe rauskam, wenn man die Bruttodividenden komplett am Tage des Zuflusses reinvestiert hat. Das ist ja klar eine theoretische Annahme, aber es geht nicht. Man muss Steuern zahlen, man muss Transaktionsgebühren zahlen. Aber es ist im Grunde das gleiche System, was auch der DAX macht. Und beim DAX sagt auch keiner, naja, DAX, das geht aber nicht, weil das geht gar nicht. Es ist einfach der komplette Ertrag und wie der dann fair und besteuert wird, das hängt auch vielfach dann an individuellen Situationen. Insofern, das ist die Summe dessen, was es gab, was wir euch da gezeigt haben in diesem Gross Total Return. Und diese Gross Total Return Daten sozusagen, die DAX-Methode bei den Tabakaktien, die haben wir euch nochmal übereinander gelegt für verschiedene Zeiträume bei den fünf Aktien. Und da haben wir seit 2008 eine ganz klare Zweiklassengesellschaft, die wir ja auch sonst an den Märkten seit der Finanzkrise haben. Ganz oben thronen die amerikanischen Werte. Ja, PMI ist halt vom Geschäft her nicht amerikanisch, aber De Jure eben schon. Und Philip Morris International genauso wie Altria eben mit einer Versiebenfachung inklusive reinvestierter Dividenden, während die anderen drei Imperial Brands, BIT und Japan Tobacco, also Europa und Japan domiziliert, nur eine Verdopplung bis Verdreifachung hingekriegt haben. Dann sieht man, wenn man es vor sich hat, schon auf den ersten Blick, dass dieser Tabakzyklus sich eigentlich in drei Phasen einteilen lässt. Phase 1, das ist diese Zeit von 2008 bis 2016, 2017, wo man defensive Aktien gesucht hat, wo man Dividendenrenditen gesucht hat, Anleihenproxys, Stabilität und wo diese Werte aufgeblasen wurden, wirklich zu immensen KGVs und zwar durch die Bank. 18, 19, 20, 21 für Aktien, die teilweise schon damals kein Wachstum mehr versprochen haben. Dann ab 2017 wurde das brutal korrigiert und ihr habt es gesehen, teilweise sind das Drawdowns, Rücksetzer von 50, 60 oder sogar 70 Prozent von 2017 bis 2021. Und 2021, ja, ab der nächste Zyklus, ausgehend von diesem zyklischen Tief, haben wir dann wieder eine schöne Aufwärtsbewegung gesehen, in der interessanterweise nun etwa alle Aktien gleichauf sind. Mit einer Ausnahme, eine BAT, die ist auch seit 2021 noch deutlich hintendran. Und das Ganze gibt es dann in den Unterlagen, da brauchen wir jetzt nicht verstärkt und vertiefend nochmal hier drauf eingehen. Für euch auch nochmal mit dem Zeitraum ab 2017, was deswegen ganz spannend ist, weil ihr den Drawdown besser erkennen könnt und vor allen Dingen auch sehen könnt, dass so diese Käufe ab Mitte 2019, in 2020, auch noch in 2021 vielleicht nicht die schlechteste Idee war, auch wenn es dann in den jeweiligen Situationen natürlich immer sehr, sehr viele Leute gab, die uns zu dem Zeitpunkt auch mit dem Hinweis versorgt haben, ja, aber wieso, das läuft ja gar nicht. So, und das ist dann eben genau auch der Ansatz gewesen, weswegen wir ja damals gesagt haben, wir wollen uns das mal angucken, wir wollen auch strategisch dieses Portfolio in dem Bereich aufbauen und haben das eben seit 2019 langsam, in 2020 wiederholt und in 2021 nochmal mit einer Verdopplung der Investments aus 2019 und 2020 getan und haben in 2023 dann so ein bisschen eher nochmal korrigierend eingeschritten und zwischenzeitlich auch gekauft und Positionen angeglichen. Das alles seht ihr nicht so ohne weiteres in irgendwelchen Unterlagen, aber ihr habt jetzt zumindest mal einen Shot von der Aufstellung, mit der wir dann immer so arbeiten, wo jetzt einfach mal schon eingetragen ist, wie sieht es denn im Moment eigentlich so aus und wo vor allen Dingen auch schon eine Sache mal vorgebastelt wurde, nämlich das, was jetzt bei mir im Nachgang zu dieser Sendung noch an Transaktionen ansteht und wir werden euch das dann in einer der nächsten Sendungen nochmal komplett fertig auch zeigen, wie diese Positionierung in Tabakaktien dann aussieht, aber wir haben heute durch Verkäufe ungefähr 9.000 Euro an Geldern erstmal eingenommen aus den Verkäufen. Wir haben darüber hinaus auch das vielleicht mal eine Aufstellung, die ganz interessant ist zu sehen. Wir haben mit Tabakaktien alleine in den letzten Monaten seit Januar, ich gucke hier nochmal nach, 1.090 Euro an Dividenden, an Cash-Zuflüssen eingenommen. Also vor dem Hintergrund sind wir jetzt gerade in der Situation, dass das irgendwie 10.000 Euro Liquidität sind, die durch Dividenden und durch zwei Verkäufe freigesetzt wurden und dass wir hier eben sagen können, naja, dann können wir auch 10.000 investieren. Das seht ihr hier schon mal vorbereitet. Und es ist jetzt hier eben so vorgesehen, dass in die Altria nochmal 2.200 Euro reinfließen werden. Das werden dann 45 Anteile sein. In die British American Tobacco werden nochmal 1.700 fließen, also 51 Anteile. 2.000 Euro gehen in die Imperial Brands, also 74 Anteile. 105 Aktien gibt es nochmal von Japan Tobacco. Der kräftigste Kauf. Dabei aber bitte auch berücksichtigen, wir haben zwischenzeitlich eine kleine Reduktion vorgenommen. Die anderen Aktien sind jetzt einfach ein bisschen besser gelaufen in den letzten Monaten. Deswegen hier ein stärker Angleich, damit alle Aktienpositionen so im Bereich um oder knapp oberhalb von 8.000 Euro investiert sind. Und last but not least der Titel, der, wie Christian ja schon gesagt hat, in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren effektiv am besten gelaufen ist und deswegen eben auch bei dem Depotvolumen im Tabakportfolio an Position 1 steht. Und dann ist eben die Situation, dass wir in unserer gruppierten Echtgeld-TV-Tabak-Aktien-Position jetzt im Moment noch fünf Aktien haben, die aktuell 30.000 Euro umfassen, die am Ende des heutigen Tages 40.000 Euro umfassen werden mit den entsprechenden Nachkäufen. Und wie das Ganze dann aussieht nach diesen ganzen Käufen, das erfahrt ihr ab nächster Woche, wenn ihr hoffentlich wieder bei Echtgeld-TV mit dabei seid. Abschließend wollen wir aber bei den Unterlagen auch noch eine Sache loswerden. Da findet ihr noch ein bisschen mehr zu Tabak-Aktien. Denn mit dabei sind auch nochmal aggregierte Portfolio-Entwicklungen, die ihr da abfragen könnt, unter Wassercharts, die mit dabei sind. Also eine ganze, ganze Menge mehr als das, was wir euch heute in den aktuell etwa 75 Minuten, die diese Sendung jetzt geht, gezeigt haben. Und von daher lohnt es sich eben auch, Mitglied in der Echtgeld-TV-Community zu sein und dort die Unterlagen dann auch herunterladen zu können. Wenn ihr das noch nicht seid, geht da hin. Wenn ihr das schon seid, sowieso. Und dann seid ihr während der Sendung ja ohnehin schon mindestens einmal rechts rangefahren, um euch die Unterlagen herunterzuladen. Und wir sagen euch ansonsten, wie üblich, bleibt gesund, bleibt investiert. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere neue Idee oder Update-Idee aus dieser Sendung mitgenommen. Und dann seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bei Echtgeld-TV aus Berlin. Tschüss.